Die Wartburg-Grundschule im westfälischen Münster. Hier ist alles anders. Die Flügel der Schule zum Beispiel heißen nach Kontinenten. Es gibt Asien, Afrika, Europa, Australien und Neu. Die Klassen nach Tieren. Ich bin Hannes, Götte und gehe in die Panda-Klasse. Ich bin in der Dingoklasse. Lea und Hannes sind übrigens auch Präsidenten der Schule. Die Rede von dem Schulperimentarier machen wir, glaube ich, auch. Vertreter ihrer Mitschüler. Immer wieder gibt es die lesende Schule. Schüler, Lehrer, Väter, Mütter, Hausmeister. Alle machen mit, denn... Lesen ist wie Kino im Kopf. Eins, zwei, drei. Gearbeitet, gefühlt, gebaut, gelernt wird jahrgangsübergreifend. Halbtags und ganztags. Und das ganz ohne klassische Noten. Noten beschädigen unsere Kinder und zerstören Lernmotivation. Schule kann echt Spaß machen, wenn man Lernen richtig lernt. Es ist klar, jetzt wissen wir's, es ist ein Stuhl. Das Ding, das ist ein Stuhl. Das Ding, das ist ein Stuhl.